herzlich willkommen zu einem neuen webinar der firma evolution international heute mit dem thema immun fit durch die kalte jahreszeit mit mir heilpraktikerin christine baumann ich begrüße ganz herzlich auch die teilnehmer die live zugeschaltet sind sie haben im anschluss an den vortrag die möglichkeit im chat fragen zu stellen zum vortrag oder zum thema immunsystem im abschluss sozusagen nach dem vortrag zunächst steigen wir aber ein mit dem thema und beschäftigen uns gemeinsam mit dem immunsystem jetzt wo wir in die kalte jahreszeit langsam wieder gehen das wetter wird jetzt merklich kühler und die ersten erkältungswellen rollen schon rollen schon an und wir beschäftigen uns mit den dingen die wir zur unterstützung verwenden können damit uns diese erkältungswellen nicht überrollen ja erstmal immunsystem abwehr was ist damit eigentlich gemeint was ist das eigentlich alles wir haben sehr sehr schlaue mechanismen unserem körper ich finde ja dass das menschliche dass der menschliche körper allgemein für sich ein unfassbar faszinierendes universum ist und es ist unfassbar was der alles selbst kompensieren und regeln kann ich bin immer und immer wieder fasziniert davon kein architekt kein ingenieur könnte sich das ausgedacht haben wie großartig unser körper universum eigentlich funktioniert und aufeinander abgestimmt ist und so besitzen wir tatsächlich natürlich auch ganz viele verschiedene wege die uns verteidigen gegen potenzielle eindringlinge die erste barriere die wir vorweisen können sozusagen sind mal haut und schleim heute also das heißt dieser hautanzug den wir da mit uns rumtragen der schützt uns davor dass eindringlinge uns zu nahe kommen können und das tut er von innen aber auch überall da wo schleim heute sind sind auch abwehrmechanismen geschaltet das ist so dass wir in diesen schleim heute bestimmte körper sekrete haben darum heißen sie schleim heute weil der schleim drauf ist und diese körper sekrete enthalten bestimmte abwehrstoffe die bakterien oder auch viren oder anderen eindringlinge das leben schwer machen und ihnen von haus aus schon mal die verbreitung und die vermehrung am platz auf unseren schleimhäuten erschweren auch die haut selber also nicht nur die schleimhäute sondern auch die haut hat mit ihrem ph wert einen bestimmten abwehrschutz so dass nicht nur die barrierefunktion uns schützt sondern auch die funktionalität die dahinter liegt beziehungsweise die obendrauf liegt auf der haut und auf den schleimhäuten wir können da nicht alle eindringlinge gleich von haus aus abfangen aber auch damit hat unser körper schon gerechnet deswegen gibt es in blut und gewebe verschiedene zelluläre anteile unseres abwehrsystems also bestimmte zellen die eindringlinge sofort erkennen und dann auch markieren so dass andere zellen reagieren können und die zellen sozusagen oder die fremdkeime sozusagen abschießen können also bestimmte zellen sind kompetent andere sind besonders wehrhaft und die arbeiten ganz eng zusammen so dass da einfach gar nichts sich breit machen kann sich festsetzen kann wir haben auch die sogenannte humorale abwehr das ist der zweite anteil unseres immunsystems da ist so ein bisschen eher das was wir erwerben mit der zeit also wenn wir einen eindringling mal als solchen erkannt haben dann bildet unser körper antikörper gegen diesen eindringling insbesondere bei viralen erkrankungen passiert es und merkt sich den sozusagen so dass wenn der gleiche erreger oder einer der ganz ähnlich aussieht und vielleicht aus der gleichen familie kommt wieder irgendwo auf unsere schleimhäute trifft dann kann das immunsystem schneller aktiviert werden und hat schon die perfekten waffen sozusagen zur verfügung gestellt weil quasi die die blaupause für diese verteidigung schon vorhanden ist es gibt auch bestimmte proteine die da bereitgestellt werden der humoralen abwehr die sozusagen ein bisschen unspezifischer sind als jetzt die antikörper die antikörper sind ja sehr spezifisch auf einen bestimmten eindringling es gibt auch abwehr proteine die unspezifischer sind die wir vor allen dingen im zusammenhang mit bakteriellen eindringlingen brauchen die jetzt vielleicht zum beispiel das laktopherin was in der schleimhaut gebildet wird was den bakterien im umkreis des eisen entzieht so dass die sich nicht vermehren können nur ein kleines beispiel da gibt es noch viele andere proteine oder protein bausteine die ganz ähnliche funktionen haben also ganz viel auch biochemie die da zusammengreift und die auch verschiedene stufen sozusagen in sich trägt es gibt es gibt verschiedene systeme die ganz akut einfach mal alles versuchen abzuwehren was fremd ist und es gibt eben dinge die dann erlernt werden im laufe der zeit so dass wir also dann ganz spezifisch und gezielt auch auf einzelne erreger eingehen können wichtig zu wissen ist dass 80 prozent unseres immunsystems entlang des verdauungstraktes wohnen das ist nun mal unser allergrößtes schleimhautorgan geld der verdauungstrakt und die schleimhäute sind die hauptbarriere im prinzip ist ja der verdauungsschlauch ein eine nach innen gestülpte außenhaut wenn man so möchte alles was in unserem verdauungstrakt noch drin ist ist noch nicht in unserem körper sondern wir müssen es erst zerkleinern und dann aufnehmen und zu unserem eigenen machen und entlang eben dieses verdauungsschlauches haben wir einen ganzen haufen schleimhaut wenn man es aufbügeln würde wären es 400 quadratmeter also ganz schön viel fläche und da sitzt unsere haupt immunabwehr das heißt wir tun gut daran auch da immer ein auge drauf zu haben dass es dem verdauungstrakt gut geht sie wohnen nicht nur da sie werden dort auch ausgebildet sie haben dort treffen dort auf ihre ersten sparingspartner unser natürliches mikrobiom hilft sozusagen unser immunsystem kompetent zu machen und so ein bisschen ein übungsfeld zu bieten damit bestimmte zellen lernen können wie man mit bakterien umgehen kann ganz wichtig für unsere abwehr wissen wir heute aus der psychoneuroendokrinologie immunologie ist tatsächlich auch unsere geistige gesundheit mental health ist heute das schlagwort das muss ja immer alles auf neudeutsch sein ist die grundvoraussetzung also geistige und psychische gesundheit ist die grundvoraussetzung dass unser immunsystem wirklich schlagkräftig sein kann wir wissen heute dass menschen die depressionen haben dass menschen die sich viel fürchten die viel angst davor haben krank zu werden wirklich auch eine herabgesetzte immunantwort haben und deswegen sehr viel leichter erkranken als menschen die ganz fröhlich und geistig gesund in ihrem leben stehen und sozusagen ja in ihrer balance sind mental dazu gibt es verschiedene strategien die wir jetzt heute leider uns nicht ganz so genau angucken können weil wir sonst länger da sitzen würden als heute abend aber vielleicht gucken sie mal rein und finden zu diesem thema ein paar andere vorträge in unserer nachlese was können wir also tun um gesund zu bleiben wir können einfach mal grundlegend zusehen dass unsere lebensführung gesund ist und unser immunsystem auf trab hält da ist mal das erste und vermutlich langweiligste weil sie schon tausend mal gehört haben dass wir ausreichend trinken das ist zum einen gut für unseren stoffwechsel das ist gut für die entgiftung das ist das lösungsmittel das wir zur verfügung stellen damit unser körper überhaupt irgendwie arbeiten kann und die ganzen biochemischen vorgänge ablaufen können aber es geht auch einfach um die durchspülung wenn da regelmäßig so im halbstundentakt ein bisschen wasser anschwappt dann können sich bakterien und fremdkeime gar nicht so gut festsetzen weil das einfach immer eine riesenwelle ist die sie sozusagen mitreißt und dann werden sie abgeschluckt in dem in den magen wo die magensäure dann das übrige erledigt und einfach schon mal eine ganze menge keime dezimiert gleichzeitig sorgt es dafür natürlich dass im in einem weiteren verlauf die niere auch mehr arbeitet und das dann über die harnwege mehr abtransportiert wird was dann bedeutet auch unsere blase wird regelmäßig gespült und auch in der blasenschleimhaut können sich keime gar nicht so leicht ansetzen also tatsächlich ganz abgesehen von allem was mit dem wasser das wir trinken in unserem stoffwechsel passiert biochemisch passiert ist es einfach auch eine mechanische unterstützung laufend die schleimhäute zu reinigen und sozusagen sauber zu halten ganz wichtig sind sport und bewegung auch das ist langweilig das haben sie längst tausendmal gehört dass dieses ding nicht umsonst bewegungsapparat heißt und nicht sitz und bettapparat gel es geht einfach darum hochzukommen von der couch nicht sich regelmäßig zu bewegen wir müssen nicht marathon laufen es muss auch niemand der keine lust darauf hat schwere gewichte stemmen aber regelmäßig bewegen mäßig bewegen mit guter atmung an der frischen luft im idealfall vielleicht kombiniert durch noch im krafttraining des zum eigenen zum eigenen zur eigenen fitness zur eigenen kondition gut passt eben es müssen nicht die schwierigen gewichte sein es kann auch körper gewicht training sein es kann pilates sein sie können krafttraining irgendwie machen aber wichtig ist dass wir die muskulatur tatsächlich auch benutzen weil man heute weiß dass die muskulatur nicht nur fürs hübsche aussehen zuständig ist sondern die muskulatur wird heute als eigenes organ angesehen und die muskulatur bildet tatsächlich bei benutzung auch bestimmte botenstoffe und bestimmte zytokine die unsere immunzellen aktivieren und sie tatsächlich schlagkräftiger und kompetenter machen so dass wir fremdkeime noch schneller erkennen können und dass unser immunsystem noch stärker reagieren kann wir trainieren also nicht nur unsere muskulatur wenn wir uns bewegen und sport machen sondern wir trainieren auch unser immunsystem die der spaziergang an der frischen luft sorgt noch dafür dass wir eine gute belüftung auch auf den schleimhäuten haben da kommen fremdkeime dann gar nicht mehr so richtig gut klar wenn das immer ordentlich belüftet ist das wie bei einem raum den man ordentlich belüftet da kann sich auch so ein schimmelpilz an der wand gar nicht so gut ansetzen ich habe schon gesagt darmgesundheit ist immungesundheit ich sage es noch mal weil es so unglaublich wichtig ist es gibt ganz viele wege den darm zu pflegen ich persönlich plädiere ja immer dafür dass es sich durchaus lohnt dass man einmal in seinem leben oder vielleicht auch alle paar jahre regelmäßig mal jemanden fragt der sich gut auskennt mit dem darm und vielleicht eine stuhlanalyse macht und sich dann angepasst an die stuhlanalyse ein konzept zusammenstellen lässt um die darmgesundheit wieder aufzupäppeln oder fit zu halten auch es gibt natürlich auch möglichkeiten ohne eine stuhlanalyse zu arbeiten es gibt schöne kurkonzepte auch für den inneren alchemisten und wenn man sonst gar nichts machen möchte oder kann gerade weil vielleicht zu viel anderes auf dem plan steht dann ist zumindest das eine was man tun kann dass man vor jeder mahlzeit regelmäßig irgendetwas bitteres auf der zunge hat quinta essencia von evolution zum beispiel bietet sich an oder irgendeiner der vielen anderen bitterstoffe ihre lieblings bitter pflanze die sie sich vor jedem essen so richtig auf der zunge zergehen lassen da sind ja die wiege wirklich völlig unterschiedlich und völlig bunt suchen sie sich was aus aber alleine die bitten regelmäßige zuvor von bitterstoffen hilft schon den inneren alchemisten auf trap zu halten die schleimhäute gesund zu halten die leber aktiv zu halten die bauchspeicheldrüse in aktion zu halten und das ist einfach gut für unseren gesamten verdauungstrakt das tut gut und das stärkt tatsächlich auch unser immunsystem und eben auch das noch mal psychohygiene ist ganz ganz wichtig ich rede mir den mund fußlich auch das ist im prinzip keine neue idee aber ich sage sie nun heute noch mal schalten sie ab und zu den fernseher aus schalten sie ab und zu mal das handy aus und die sozialen medien fahren sie runter finden sie wirklich inseln insel zeiten wo sie in der regeneration kommen wo sie nicht wieder irgendwas beantworten müssen oder mit einem halben auge oder einem halben ohr an der welt am weltgeschehen dranhängen wo sie einfach zeit für sich haben das zum einen zum runterkommen und zum anderen weil wir heute völlig überflutet sind an informationen die verarbeitet werden müssen und es ist heute einfach so viel angst und ärgernis dabei egal welchen kanal man aufschlägt heutzutage das erste sind doch katastrophen was gemeldet wird wir brauchen mehr gute nachrichten oder wenn wir gerade keine guten kriegen können dann hilft es eben die nachrichten einfach mal komplett auszuschalten handy fasten zu machen mal einen tag lang nicht erreichbar zu sein und wirklich der seele raum zu geben zur ruhe zu kommen gehen sie im wald spazieren gucken sie sich den blauen himmel an schauen sie dem herbstlaub zu wie es runterfällt schauen sie dem gemüse in ihrem garten zu wie es wächst schauen sie ihrer katze zu wie sie sich auf ihre couch zusammen kuschelt und machen sie einfach mit ab und zu mal muss man so momente haben wo man wirklich auch geistig in der regeneration geht und natürlich gibt es da ganz viele pflänzlein die uns helfen können lavendel ist einer der hafer ist einer die passionsblume ist eine es gibt dir den rosenwurz also all diese pflanzen die so anti stress pflanzen sind wenn man das gefühl hat ich komme gerade überhaupt nicht aus schauen sie mal ob sie etwas finden mit dem sie gut in resonanz gehen können um sich zu unterstützen damit man eben phasen mit höherer anspannung oder vielleicht auch höherem angst oder ärgernis potenzial wirklich gut übersteht und psychisch gesund bleibt damit das immunsystem mitkommen kann mit all dem was uns heute begegnet ganz konkret können wir natürlich versuchen jetzt in der erkältungszeit wenn wir irgendwie wissen wir müssen vor die tür wir müssen möglicherweise in einem vollen zug fahren in einem vollen flugzeug sitzen bei einem geschäftsessen im vollen restaurant sitzen oder sonst irgendwo im großraumbüro mit vielen menschen zusammen sein oder eben sonst irgendwo die möglichkeit haben vielen menschen zu begegnen was uns ja erfreut weil der mensch einfach ein soziales wesen ist und gerne im gesellschaftlichen persönlichen austausch ist das ist einerseits gut für die gesundheit andererseits ist es halt so dass da natürlich dann auch jeder so seine bakterien und keime mitbringt mit denen wir umgehen müssen und wenn wir sagen jetzt ist gerade einfach wieder erhöhte erkältungszeit und wir wollen die gar nicht erst reinlassen dann machen wir die schotten dicht und ziehen die zuckbrücke hoch indem wir einfach unsere zugangswege blockieren zugangswege sind vor allen dingen rachen und nase und die schleimhäute dazu also all das wo sozusagen so ein fremdkeim als erstes auftritt und versuchen wollen würde sich breit zu machen das heißt wir halten unsere nase sauber indem wir regelmäßig nasenspülungen machen das kann man ganz einfach machen indem man sich so eine nasendusche besorgt die kosten nicht viel geld da gibt man normales leitungswasser rein und dann ein halbes teelöffelchen salz es gibt da extra nasensalz dazu man kann es aber auch einfach mit totem mehr salz machen wichtig ist eben dass es nicht zu viel ist also auf das sind glaube ich 150 milliliter was da drin sind in so einer nasendusche geht ein halber teelöffel maximalen teelöffel ein halber teelöffel reicht aber eigentlich völlig dann ist einfach das spülen angenehmer man kann auch eine natriumchlorid lösung nehmen aus der apotheke wenn man ganz sicher sein möchte dass man einfach regelmäßig die schleimhäute befeuchtet und durchputzt zweimal täglich reicht vollkommen aus morgens und abends oder eben wenn man von so einem meeting zurückkommt dann ist einfach da schon mal ein bisschen reinigung da und wenn man das gefühl hat ich sitze aber da jetzt vier stunden und komme nicht aus und das ist da sind auch immer mal so kandidaten dabei die vielleicht irgendwie auch mit dem kopf unterm arm noch ins büro gehen und dann ihre bezillen überall verteilen dann kann man sich eben auch helfen indem man schon während dem meeting sozusagen den eingang verstopft man besorgt sich eine nasensalbe in der apotheke und gibt dort ätherische öle hinein also einfach so ein bisschen nasensalbe in die hand geben einen tropfen ätherisches öl drauf und schmiert dann das mit dem kleinen finger in jedes nasenloch da eignet sich sehr gut niauli niauli ist ein ätherisches öl was sehr stark antiviral wirkt und ein sehr großes keimspektrum hat oder auch thymian tyblinalool das sind auch zwei ätherische öle die gemischt eben nicht pur bitte sondern immer mit einer nasensalbe gemischt sehr gut verträglich sind auf der nasenschleimhaut auch den rachen können wir desinfizieren indem wir abends mit einer gurgel lösung spülen und und gurgeln da gibt es verschiedene im angebot es gibt auch bestimmte mundpflege sprays die vielleicht es gibt welche die enthalten tormentil es gibt welche die enthalten ätherische öle da kann man einfach in der apotheke mal gucken das ist nichts für den dauer gebraucht wir wollen ja unser mikrobiom nicht kaputt machen wir wollen ja auch unsere eigenen bakterien die unseren verdauungsschlauch besiedeln und auch unseren mund besiedeln auch unseren rachen besiedeln gar nicht zu sehr in die predulie bringen aber wenn wir eben in so zeiten wo es gerade ganz brisant ist für ein paar tage auf nummer sicher gehen wollen weil eben um einen rum alles hustet und rotzt dann darf das ruhig mal ein paar tage sein davon zieht unser mikrobiom noch nicht aus man kann natürlich auch versuchen die keimlast im raum zu senken indem man mit ätherischen ölen zum beispiel arbeitet tatsächlich ist das nicht einfach nur wellness sondern bestimmte ätherische öle haben einfach ein großes potenzial die keimlast zu senken bei sie auch in der in der verwirbelung in der raumluft in der beduftung den keimen den viren und den bakterien des lebens schwer machen und natürlich auch das ist wahrscheinlich total langweilig weil sie es schon hundertmal gehört haben eine ausreichende versorgung mit mikronährstoffen ist einfach essentiell dass alles in unserem körper auf zack ist und das gilt natürlich für das immunsystem auch das heißt es sollten fünf portionen gemüse und obst aus regionaler saisonaler herkunft aus biologischem anbau auf dem speiseplan stehen eine portion ist so groß wie die eigene faust das heißt wenn sie einen großen eine große pfanne mit gemüse oder ein schönes ofengemüse essen in großen tellern dann haben sie schon zwei bis drei portionen intus und dann gibt es vielleicht am nachmittag noch einen apfel dann sind es schon vier so schwer ist es eigentlich gar nicht und es gibt auch ganz ganz viele gerichte die wirklich super schnell zubereitet sind und auch in großen stress situationen aufgewärmt werden können oder eben einfach frische kost auf den platz bringen das liefert mikronährstoffe das liefert haufenweise antioxidantien die brauchen wir um unsere schleimhäute fit zu halten und das ist einfach die basis für alles andere wenn wir aus irgendwelchen gründen vielleicht weil wir gerade auf geschäftsreise unterwegs sind und einfach überhaupt keinen einfluss auf unser essen haben weil wir dreimal am tag im hotel oder restaurant essen wenn wir in solchen phasen das gefühl haben uns entgleitet sozusagen die ernährung und die chance das richtig zu machen wird kleiner dann gibt es natürlich bestimmte basis versorgungsmöglichkeiten über beat age 120 zum beispiel wo man einfach mal so ein cocktail hat wo alles drin ist das darf in stressigen zeiten sein das soll bitte aber kein dauerhafter ersatz für eine gesunde ernährung sein eigentlich sollte die gesunde ernährung einfach die basis sein und dann basteln wir so ein nahrungsergänzungssupplement einfach oben drauf um bestimmte spitzen abzufangen das ist die eigentliche idee ja was meine ich mit supplementen es gibt bestimmte möglichkeiten über die otto molekulare medizin sich zu unterstützen es gibt bestimmte mikronährstoffe die wir einfach brauchen damit unser immunsystem top fit ist einmal das eisen zum beispiel als spurenelement das ist was was vor allen dingen die frauen betrifft weil frauen sehr häufig ein eisenmangel haben ich glaube bis zu 75 prozent der deutschen und österreichischen und schweizer bevölkerung weiblichen bevölkerung leidet an einem eisenmangel einfach weil frauen durch die monatliche blutung des eisen regelmäßig verlieren das reduziert die schlagkraft des immunsystems das heißt es ist gut den eisenmangel auch wieder aufzufüllen wenn einer festgestellt worden ist um das eisen aufzufüllen eignen sich oftmals pflanzliche komponenten die viel besser vertragen werden als diese hardcore eisentabletten die man vom arzt verschrieben bekommt wenn man die resorption noch ein bisschen verbessern will guckt man dass man laktopherin dazu bekommt das hilft einfach das eisen besser zu verwerten und die hepzidin bildung im darm ein bisschen zu reduzieren das ist ein schutzprotein was der darm bildet eigentlich um eine zu hohe eisenaufnahme zu vermeiden wenn wir aber einen mangel ausgleichen wollen dann brauchen wir kurzfristig meine höhere dosierung und deswegen hilft es dann diesen schutzmechanismus ein bisschen auszuboten sozusagen und ein bisschen zu umgehen damit wir einfach das was wir einnehmen gut verwerten können die aminosäure l glutamin ist eine mit der wir uns helfen können in stressigen zeiten in zeiten wo viel immun herausforderung um uns rum ist die das ist die aminosäure die im körper am allermeisten gebraucht wird insbesondere für haut und schleimhäute aber auch zum beispiel für die muskulatur l glutamin kann man auch sich zu hilfe nehmen wenn man jetzt krafttraining macht und muss im muskelaufbau sich befindet kriegt man wenn man nach dem training zwei gramm l glutamin nimmt einfach weniger muskelkater und hat einen schnelleren besseren effektiveren muskelaufbau ohne dass man angst haben muss dass irgendwie die nierenfunktion überlastet wird glutamin ist auch dann wichtig wenn wir ein leaky gut haben also wenn eine erhöhte darmschleimhaut durchlässigkeit besteht das ist tatsächlich leider relativ häufig der fall wenn dann immer mehr nahrungsmittel unverträglichkeiten auf dem plan stehen dann kann man davon ausgehen dass es ein solches league gut gibt man kann das natürlich auch im stuhl befunden nachweisen und das league gut macht natürlich immun schwach auch wenn man regelmäßig infekte hat weiß man man ist immun schwach dann könnte das auch mit dem darm zu tun haben muss aber auch nicht immer und in beiden fällen kann man mit l glutamin arbeiten es werden in der regel bis zu 9 gramm l glutamin verabreicht in solchen fällen nach operationen in der rekonvaleszenz gibt man teilweise sogar 60 gramm am tag meiner erfahrung nach braucht diese hohen dosierungen eigentlich gar nicht es reicht wenn man dreimal täglich zwei gramm zum essen dazu nimmt das wird in der regel gut vertragen es gibt ausnahmen aber das füllt die schleimhäute auch sehr schön auf und das reguliert auch das immunsystem sehr schön nach oben in manchen empfehlungen wird es noch mit l-agenin ist auch eine aminosäure und omega-3-fettsäuren kombiniert omega-3-fettsäuren sind auch ganz wichtig für unser immunsystem die blende ich jetzt allerdings heute abend mal aus weil uns das einfach zu weit führen würde ist allerdings muss man sagen omega-3 ein thema das wichtig ist im bereich der nahrungsergänzung weil wir es tatsächlich aus der nahrung so gut wie nicht mehr kriegen auch nicht aus den omega-3 ölen leinöl und hanföl wir kriegen es da schon hier aber nicht in ausreichender menge also eigentlich müssen wir es zufüllen ganz wichtig ist ein guter zink status und weil das so wichtig ist stelle ich das auch nachher gleich noch mal raus zink ist direkt antiviral und ganz wichtig für unser immunsystem das schauen wir uns aber gleich noch genauer an zink und vitamin c in kombination hat man festgestellt desinfiziert sozusagen im rachen desinfiziert ist natürlich jetzt chemisch hier total falsch gell also sehen sie es mir nach der mediziner würde das sicherlich noch mal anders ausdrücken aber fürs bild einfach finde ich den begriff gut das hilft den rachen so ein bisschen durchzuputzen man kann auch mit zitronensaft gurgeln auch vitamin c lutsch oder kautabletten können das wenn man es noch mit zink kombiniert ist einfach die die das ergebnis noch effizienter erreicht sozusagen das reinigt also ein bisschen und macht gerade den keimen die versuchen sich im rachen breit zu machen und sich im rachen zu vermehren das leben einfach schwer so dass die virenlast schon hier im beginn deutlich gesenkt wird auch die b-vitamine sind natürlich total wichtig für die nerven einerseits also für die psychische gesundheit auch für unseren stoffwechsel aber auch für die schlagkraft unseres immunsystems also auch b-vitamine sollten ausreichend auf dem speiseplan stehen im idealfall über die ernährung wenn wir wissen wir haben stressphasen wo wir vermehrt b-vitamine verbrauchen vergiftet man sich nicht und man muss auch kein großes vermögen ausgeben wenn man einfach mal so ein b-komplex sich an die seite stellt man merkt dass das tut den nerven ziemlich gut und sie merken das auch an immunsystem ganz wichtig ist auch das vitamin d das schauen wir uns auch gleich noch mal genauer an weil es weil es eben so wichtig ist da finde ich es eigentlich eigentlich gehört zur normalen gesunden untersuchung dass man einmal im jahr oder alle zwei jahre wenn man halt blutwerte nimmt den vitamin d status einfach mit misst in manchen fällen oder so ab und zu wird das sogar von den kassen übernommen und wenn es von den kassen nicht übernommen wird dann kostet sowas um die 35 euro das ist also jetzt auch kein wahnsinnig großes vermögen aber es ist ein so wichtiger vorsorge wert wir kommen gleich noch darauf warum dass das für mich eigentlich zum guten ton in der medizin gehört die aminosäure l lysin wirkt antiviral das heißt wenn ich das gefühl habe es könnten wirklich virale infekte im moment umgehen und das sind die allermeisten der infekte unserer zeit das wenigste was wir heute noch abkriegen ist tatsächlich bakteriell die meisten erkrankungen die uns so in unserem alltag plagen sind viraler natur was auch der grund ist warum antibiotika meist gar nicht so viel mehrwert bringen wenn es jetzt die klassischen erkältungs geschichten sind da ginge es wenn nur darum eine bakterielle superinfektion zu vermeiden zum preis aber dass man sein eigenes immunsystem über das darm immunsystem halt massiv schwächt da muss man das wirklich abwägen heute ist es zum glück auch so dass das sehr viel abgewogen wird und nicht mehr jeder arzt zu jedem infekt sofort ein antibiotikum verschreibt was halt in vielen fällen gar keinen sinn macht die meisten sind antiviral die meisten infekte die wir so mitnehmen die das lysin wirkt antiviral die meisten infekte sind viraler natur so nicht antiviral lysin wirkt antiviral und wir kriegen das aus der ernährung aus käse oder ei für die veganer sind ist es in linsen erbsen oder quinoa enthalten allerdings natürlich in wesentlich kleinerer menge und wenn man jetzt das gefühl hat oh da ist was in meiner nähe was ich nicht haben will der kann man lysin durchaus auch mal ein paar tage ergänzen und zusehen dass man sein immunsystem damit stark macht sekundäre pflanzenstoffe nehmen wir am besten über die ernährung zu uns man kann aber schon auch in phasen erhöhter immun herausforderungen sich da ein bisschen unterstützen sekundäre pflanzenstoffe fangen vor allen dingen freie radikale ab und jeder infekt verursacht massiven oxidativen stress manche mehr manche weniger die müssen aufgefüllt werden diese antioxidantien die wir da verbrauchen über diesen oxidativen stress und da sind sekundäre pflanzenstoffe einfach wirklich gold wert das heißt sekundäre pflanzenstoffe am besten essen erst mal dann muss man nicht so viele pillen schlucken und kann wirklich ganz gezielt nahrungsergänzungsmittel mit sekundären pflanzenstoffen nehmen da wo man sie braucht wir finden die ganzen abwehr stärkenden sekundären pflanzenstoffe zum beispiel in äpfel und zwiebeln da ist quercetin drin das ist virenfeindlich und antikanzerogen in beeren und zwar in allen beeren egal ob blaubeeren himbeeren oder erdbeeren finden wir anthocyanen die sind antioxidativ und gut für den darm und die sind die kann man auch einfrieren das heißt auch tiefgekühlte beeren enthalten diese tollen tausendsasser sekundären pflanzenstoffe so dass man sich durchaus auch im winter damit versorgen kann karotinoide sind ganz wichtige radikal fänger sind abwehr stärken sind krebsfeindlich die finden wir in karotten in süßkartoffeln in rote beete in aprikosen eigentlich in allen obst und gemüsesorten sind irgendwie karotinoide drin die uns von innen heraus unterstützen eisen kriegen wir natürlich aus tierischen produkten aus fleisch und so weiter aber auch hafer hirse quinoa pinien kerne oder spinat liefern uns eisen die uns immunschlag kräftig machen leider reicht es meist nicht aus wenn wirklich eine frau den eisenmangel hat das aufzufüllen das heißt da muss man meistens dann zusätzlich mit einem supplement ran es gibt in den kohlgewächsen ganz wichtige senfölglucoside die die immunantwort stärken die krebsfeindlich sind die herzgesund sind die unsere gefäße stärken die für den muskelaufbau gut sind die antioxidativ wirken und 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 die haben ganz viele positive eigenschaften das heißt die sollten regelmäßig auf unserem speiseplan stehen brokkoli oder radieserl oder weißkohl der heißt nicht umsonst der arzt der armen geld der weißkohl auch so ein paar besonderheiten rund ums vitamin c ist also einfach ein tolles wintergemüse was das immunsystem ganz hervorragend unterstützt ja und wenn es dann mal nicht mehr reicht wenn wir das gefühl haben jetzt ist die zeit da wo es wirklich ans eingemachte geht wo jetzt jeder rotzt und schnupft und wir wollen vermeiden dass es uns auch anspringt dann gibt es eben bestimmte dinge die wir auffüllen können und einfach zumindest mal kurmäßig nehmen und da gehört für mich das immune element zink auf jeden fall mit dazu zink ist ein spurenelement dass wir das essentielle ist das heißt wir müssen es regelmäßig über die ernährung aufnehmen wir kriegen es aus bestimmten nahrungsmitteln natürlich auf den speiseplan aber es ist so dass man heute weiß dass zinkmangel gar nicht so selten ist also durchaus ein element was recht häufig mal in mangel geht es wird auch sehr viel verbraucht muss man sagen zink reduziert die produktion von entzündungsfördernden molekülen das heißt es wirkt auch so ein bisschen gegen silent inflammation oder chronische entzündungsprozesse zink ist ein koenzym und beteiligt an der an der herstellung von über 200 enzymen zumindest so weit wir es heute wissen es ist ja so dass wir im stoffwechsel ganz vieles noch gar nicht kapiert haben aber wir wissen schon von 200 enzymen dass die zinkabhängig sind das heißt wir verbrauchen es im stoffwechsel auch wirklich laufend wir brauchen zink für die produktion von hormonen und neurotransmittern auch für die umwandlung der hormone ineinander zinkmangel ist zum beispiel kann ein hauptgrund sein warum man in den testosteronmangel hineinrutscht was dann natürlich sich auch auf die spermatogenese auswirkt was sich auf die potenz auswirken kann was sich auch auf die spannkraft und die energie auswirken kann zink brauchen wir wenn wir alkohol abbauen müssen jetzt kann man sagen ja ich bin ja kein säufer ich brauche das nicht doch doch auch in unserem stoffwechsel entstehen bestimmte alkohole die der körper wieder abbauen muss ganz natürlicherweise das können wir gar nicht verhindern auch wenn wir kein alkohol von außen zu führen natürlich wenn wir alkohol von außen zu hören führen verbrauchen wir vermehrt zink und übrigens unter uns so ziemlich alle anderen mikronährstoffe auch aber wir brauchen zink eben auch um den körpereigenen die endogenen stoffwechsel abbau produkte stoffwechsel abfall produkte abbauen zu können und da wird zink auch regelmäßig verbraucht wir brauchen zink für die herstellung unserer dns stränge also für die informationen in unseren zellkernen damit die gesund und richtig ablaufen kann muss ausreichend zink vorhanden sein es ist also durchaus auch ein schutz vor zellalterung und damit vor allen chronischen erkrankungen eigentlich die uns über den weg laufen können und zink reguliert eben unsere immunantwort ohne zink ist unser immunsystem völlig kraftlos und völlig waffenlos und kann einfach nicht ordentlich reagieren das gilt für die eindringlinge von außen also die insbesondere die viren weil zink eben direkt antiviral wirkt das habe ich schon gesagt aber auch bakterien werden abgewährt über unsere immunantwort das gilt aber auch für die eindringlinge von innen heraus wenn doch mal eine zelle irgendwie aus dem programm gefallen ist und sich da vielleicht tumorzellen entwickeln wollen brauchen wir zink um die zu erkennen und um die wieder rauszuputzen zink schützt vor freien radikalen zink verdrängt schwermetalle im gewebe das heißt wir brauchen es auch zur entgiftung zink schützt die zellen auch tatsächlich vor irgendwelchen angriffen durch freie radikale oder durch irgendwelche anderen schadstoffe und schädigungen ist also ein ganz ganz wichtiges spurenelement das wir regelmäßig zuführen müssen bei evolution haben wir zink als zink komplex zusammen mit dem vitamin c als zink citrat also eine organische verbindung die sehr sehr gut aufgenommen werden kann die sehr gut reserviert werden kann und wenn man jetzt das gefühl hat zink ist jetzt nichts wo ich empfehle dass man das dauerhaft das ganze jahr durchnehmen sollte es sei denn es hat da irgendwie jemand eine verwertungsstörung festgestellt aber braucht es normalerweise nicht sondern zink ist was was man kurmäßig für sechs bis acht wochen auffüllt oder eben wenn man das gefühl hat ich bin jetzt in der situation wo ich den ganzen winter über ständig mit leuten zusammen wenn vielleicht menschen die im krankenhaus arbeiten und ständig mit keimen zu tun haben dann kann man das schon auch mal gerade in der jahreszeit in der besonders viel keimlast unterwegs ist auch regelmäßiger zuführen im normalfall reicht sechs bis acht wochen einfach mal im herbst aufzufüllen eben dann wenn diese ganze grippe zeit wieder beginnt wenn die ganzen infekte uns wieder erneut heimsuchen dann füllen wir mal sechs wochen den spiegel auf damit unser immunsystem so richtig oft zack ist und wenn wir dann infekte doch gehabt haben sollten und das gefühl haben als sind die speicher ein bisschen leer gelaufen dann füllen wir auch anschließend den zink wieder auf im infekt da komme ich aber nachher noch darauf darf man gern auch mal für zehn tage eine höhere dosierung von zink nehmen man soll mit zink normalerweise nicht so experimentieren sondern eine kapsel am tag und gut ist es weil das durchaus auch überdosiert werden kann dafür muss es aber in sehr hohe dosierung über sehr langen zeitraum genommen werden geld also häufiger ist der mangel ist dass wirklich mal eine überdosierung passieren würde nichtsdestotrotz brauchen sie nicht mehr als die eine kapsel wenn sie aber im infekt sind wenn sie merken jetzt hat er mich doch angesprungen der bacillus vom nachbarn dann nehmen sie ruhig mal für zehn tage die doppelte dosis und fahren sie anschließend wieder runter um das immunsystem einfach noch mal so richtig zu unterstützen gegen den viralen infekt ja vitamin d habe ich gesagt ist ganz essentiell auch für die abwehr vitamin d ist natürlich nicht nur für die abwehr gut gell über vitamin d könnte man jetzt den ganzen tag schwattronieren das erspare ich ihnen jetzt ich glaube dass es in den allermeisten haushalten mittlerweile angekommen ist dass vitamin d so ein tausend sasser vitamin auch ist natürlich ist das nicht die antwort auf alles und natürlich kann nicht jedes problem auf dieser welt mit vitamin d gelöst werden aber es sind schon ziemlich viele bei denen vitamin d beteiligt sein kann und eine deutliche linderung machen kann wir haben wir wissen heute dass in mehr als 35 gewebearten vermutlich eben in viel mehr als 35 gewebearten aber soweit wir wissen ist es in 35 gewebearten bestätigt vitamin d rezeptoren vorhanden sind was heißt denn das vitamin d ist eigentlich gar kein vitamin sondern eigentlich ist es eine hormon vorstufe wie wir heute wissen und ein hormon alleine macht noch keine reaktion die reaktion von einem hormon besteht immer daraus dass ein hormon an der zelle auf einen hormon rezeptor trifft wenn wir aber wissen es gibt 35 arten oder wahrscheinlich sogar mehr von gewebe die einen rezeptor für ihm dieses vitamin d hormon haben dann wissen wir vitamin d macht an all diesen hormon an diesen geweben auch etwas wir sind ja früher mal davon ausgegangen vitamin d ist wichtig für unsere knochen damit unsere knochen gut ausgebildet werden damit die nicht brechen damit sie schön fit sind damit sie elastisch bleiben damit kalzium eingelagert werden kann damit kalzium aufgenommen werden kann das wussten wir dafür brauchen wir vitamin d wir wissen heute wir brauchen es noch für viel 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 mehr eben auch für die aktivität und die kompetenz unseres immunsystems kompetenz des immunsystems heißt der eindringling wird erkannt aktivität heißt das immunsystem reagiert und schlagkraft bedeutet wir haben die richtigen waffen auch noch dabei so wollen wir eben unser immunsystem haben und vitamin d unterstützt alle drei ansatzpunkte sozusagen außerdem senkt vitamin d die entzündungsbereitschaft vitamin d ist beteiligt an der zell differenzierung also dahin an der art wie sich eine zelle gesund entwickeln kann an der zellreifung am zellwachstum das heißt vitamin d stärkt nicht nur unser immunsystem das ja zum beispiel tumorgewebe erkennen müsste sondern es verhindert oder verzögert auch den prozess der tumorbildung es ist beteiligt oder es reguliert mindestens drei prozent unserer gene unserer menschlichen gene da geht es um die bildung von bestimmten proteinen von enzymen von botenstoffen innerhalb der zelle vitamin d hat eine ganz wichtige funktion wenn es um unsere chromosomen enden geht da gibt es eben die telomerase telomerase baut diese chromosomen enden ab und je kürzer die sind diese chromosomen enden desto älter ist unsere zelle das heißt diese chromosomen länge ist ein indikator für die zellalterung und vitamin d hemmt jetzt die aktivität dieses enzyms dieser telomerase so dass eben die zellalterung wirklich direkt im chromosomen bereich ausgebremst wird vitamin d ist auch gut für unseren herzmuskel knochen und zähne das haben wir schon gehört wir brauchen vitamin d für unsere nerven nerven oder schutz vor nervenerkrankungen nervenzellen haben wir auch im gehirn das heißt vitamin d ist auch ein schutz vor demenzen vitamin d habe schon gesagt ist ein hormon interagiert auch mit anderen hormonen reguliert also auch unseren hormon haushalt auch unseren neurotransmitter haushalt übrigens auch die blutfettwerte cholesterin zum beispiel wird von vitamin d beeinflusst wir wissen nach den meta analysen statistiken die jetzt aktuell sind dass ein ausgeglichener vitamin d spiegel das risiko an krebs zu sterben um 12 prozent senkt senkt natürlich heißt ein ausgeglichener vitamin d spiegel nicht dass man gar nicht mehr an krebs erkranken kann geld das wissen wir krebs ist ein multifaktorielles geschehen aber vitamin d ist halt ein faktor und einer der so leicht zu lösen ist ja darum ist es eben was was für mich eigentlich in jede praxis gehört dass man regelmäßig vitamin d spiegel misst damit man sicherstellt dass man mit der dosierung die man ein nimmt einfach den richtigen spiegel auch erhält es gibt beim vitamin d verschiedene varianten wichtig ist dass wir die vitamin d 3 variante brauchen weil wir die wesentlich besser aufnehmen können und auch wesentlich besser verwerten können früher hat man da unterschieden sozusagen das tierische und das pflanzliche vitamin d heute gibt es aber tatsächlich auch pflanzliches pflanzlich gewonnenes vitamin d 3 wichtig ist aber immer dass man darauf achtet dass es ums vitamin d 3 geht wir können im winter also von oktober bis märz kein vitamin d produzieren weil wir um vitamin d herzustellen sonnenlicht brauchen von oktober bis märz stimmt der sonneneinfallswinkel nicht so dass wir in unseren breiten eben vitamin d in der haut nicht mehr produzieren können im sommer ist es so dass wir theoretisch an einem sonnigen tag im juni wenn wir mittags eine halbe stunde in der sonne sind mit freien hautanteilen am oberkörper also freie arme zum beispiel bis zu 20.000 einheiten in einer halben stunde produzieren können nur müssen wir dazu tatsächlich in der sonne stehen eine halbe stunde und wir dürfen keine creme drauf haben auf der draufsteht schützt vor vorzeitiger hautalterung weil ein lichtschutzfaktor von 8 bereits die vitamin d produktion komplett ausschaltet lichtschutzfaktor von 5 heißt schutz vor vorzeitiger hautalterung ist also in ganz vielen cremes drin ohne dass lichtschutzfaktor draufsteht so dass vitamin d mangel heute sehr sehr weit verbreitet ist je nachdem wie man die zahlen interpretiert sind 86 bis 96 prozent der patienten die einen vitamin d mangel haben wenn menschen unter winterdepression neigen hat es oft übrigens auch mit vitamin d mangel zu tun wenn vitamin d aufgefüllt wird dann muss man wissen dass tabletten also presslinge komplett wirkungslos sind das ist die falsche galenik vitamin d ist ein fettlösliches vitamin oder beziehungsweise ein fettlösliches hormon vorhormon das heißt es muss irgendwie in einer öligen lösung daherkommen damit wir es überhaupt gut verwerten können und im idealfall nehmen wir es dann noch zu einer fettreichen maulzeit ein das heißt es gibt ölkapseln mein favorit sind tropfen die können sie einfach aufs essen drauf machen die können sie in den salat mit hinein tropfen regelmäßig oder in ihren joghurt mit hinein tropfen was auch immer für eine mahlzeit sie verwenden am ende nach dem kochen auf die suppe mit drauf dann ist das im essen mit drin und sie müssen nicht an noch ein zusätzliches arzneimittel denken eine zusätzliche tablette schlucken das hat auch für die psychologie was weil vitamin d schon zu den mikronährstoffen gehört die meines erachtens in der dauertherapie bzw in der dauernden verwendung eigentlich eingenommen gehören die wenigsten von uns können im sommer mit freiem oberkörper wirklich eine halbe stunde draußen stehen und wenn wir draußen stehen ist auch gerne mal der himmel bewölkt oder wir stehen im schatten oder wenn wir älter werden produziert unsere haut auch einfach nicht mehr so viel vitamin d hormon das heißt wenn man sich die blutspiegel anschaut stellt man fest dass die wenigsten menschen wirklich mit einem hohen spiegel in den winter gehen das heißt im winter muss man auf jeden fall ergänzen aus meiner sicht nicht nur aus meiner sicht sondern das sagen tatsächlich auch die meisten studien und im sommer ist es eigentlich mittlerweile auch durchaus sinnvoll zumindest eine basis ergänzung mit einzunehmen basis ergänzung heißt wenn wir tatsächlich präventive vitamin d spiegel erreichen wollen also welche die unser immunsystem stärken die krebsfeindlich sind die uns vor demenzen schützen die unsere knochen stärken dann braucht ein 70 kilo schwerer erwachsener zwischen vier und 6000 einheiten 4000 ist das minimum alles was drunter ist ist für den 70 kilo schweren erwachsenen eigentlich augenwäscherei menschen die leichter sind als 70 kilo brauchen weniger menschen die schwerer sind als 70 kilo brauchen etwas mehr das heißt kinder brauchen natürlich viel weniger bei kindern kommen wir mit ein oder 2000 einheiten am tag gut hin bei säuglingen reichen die 1000 einheiten oder vielleicht manchmal sogar 500 einheiten je nach gewicht aber als erwachsener brauchen sie mit 1000 einheiten nicht anzufangen es gab dann mal die idee dass man hohe dosierungen einmal wöchentlich nimmt damit man nicht ständig dran denken muss die studien haben aber bis jetzt ganz klar gesagt besser verwertet wird es wenn wir täglich diese erhaltungs dosis haben und würde man jetzt versuchen das über die nahrung aufzunehmen dann muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen dass 250 gramm lachs oder ein kilo avocado so gerade bis zu 2000 einheiten auf den teller bringen das heißt sie müssten ganz schön viel lachs und ganz schön viel avocado essen um über die ernährung wirklich ans vitamin d ranzukommen drum reichern wir unsere ernährung am besten an mit vitamin d tropfen auch da bietet die evolution schon tolle lösungen es gibt es sogar als veganes und es ist trotzdem ein vitamin d3 und es gibt diese 5000 einheiten tropfen die finde ich persönlich sehr angenehm ein tropfen irgendwo in die suppe auf den salat und schon hat der 70 kilo schwere erwachsene ausreichend zur verfügung im beginn eines infekts kann man kurzfristig für fünf tage tatsächlich die dosierung auch mal hochfahren auf 10.000 einheiten oder sogar 15.000 einheiten sie vergiften sich damit nicht man kann vitamin d über dosieren wobei das tatsächlich in vielen kreisen mittlerweile hart diskutiert wird vitamin d über dosierung wirklichen schaden macht bei einem gesunden menschen tut es das nicht über dosierung die tatsächlich schäden anrichtet würde bedeuten mehr als 20.000 einheiten täglich und das über langen langen zeitraum mit 5000 einheiten bis 10.000 einheiten sind sie da völlig außer gefahr und wenn sie im rahmen von dem effekt zum beispiel bei covid 19 hat man festgestellt dass hohe dosierungen von vitamin d den verlauf deutlich gelindert haben in studien das heißt da kann man durchaus auch im rahmen des infekts für zehn tage mal 40.000 einheiten nehmen was einem vielleicht als hohe dosierung erscheinen mag was aber einfach eine gute begleitung ist und wenn man es nur zehn tage macht passiert ihnen da wirklich auch überhaupt nichts im zweifelsfall fragen sie den therapeuten ihres vertrauens aber bitte einen der sich mit ortomolekularen medizin auskennt ja wir wollen aber nicht nur über ortomolekulare medizin reden sondern ich möchte ihnen auch einfach noch ein paar pflänzlein vorstellen die wir verwenden können um unser immunsystem zu unterstützen eines davon ist der rote sonnenhut sie kennen das alle auch als echinacea das haben wir auch als kinder schon bekommen das macht unser immunsystem schlagkräftig der rote sonnenhut ist ein echtes immunstimulant das wir vor allen dingen zur prophylaxe verwenden und auch dann wenn wir immer wiederkehrende infekte haben egal ob das atemwege sind oder harnwegsinfekte sind wenn jemand immer und immer wieder einen effekt bekommt dann kann so ein immunstimulant tatsächlich dafür sorgen dass das immunsystem besser reagiert man hat mit dem roten sonnenhut studien gemacht die kommission e hat bestätigt was er alles kann man hat festgestellt dass die alkamide die da drin sind an bestimmte rezeptoren binden und bestimmte zytokine triggern die antiflogistisch wirken das heißt antientzündlich wirken beziehungsweise eben bestimmte entzündungsprozesse runterfahren wichtig ist dass der rote sonnenhut vor allen dingen geeignet ist für die prophylaxe oder im beginn eines infektes der aktiviert das immunsystem das heißt wenn sie merken es kratzt es fliegt mich was an dann nimmt man hochdosiert auch gerne im stündlichen abstand den roten sonnenhut ein wenn bereits fieber besteht oder hohes fieber ist dann gibt es keinen roten sonnenhut mehr dann ist das immunsystem schon aktiv dann suchen wir uns ein anderes pflanzlein gibt es genügend aber im beginn das immunsystem aktivieren bedeutet wir kommen vielleicht gar nicht in die situation wo unser immunsystem dann so weit aufgeschraubt werden muss dass wir wirklich ein akutes schweres fieber bekommen man muss ein bisschen aufpassen bei autoimmunprozessen da wirklich wenn dann mit ganz kleinen dosierungen und bitte lieber im absprache mit einem therapeuten weil eben bei einem autoimmunprozess das immunsystem ja nicht noch weiter angekurbelt werden soll sondern da wollen wir eher was regulatives da gibt es dann vielleicht andere pflanzlein die besser passen echinacea ist nicht nur gut für die körperliche abwehr sondern tatsächlich macht es auch was mit der seelischen abwehr echinacea ist zum beispiel die pflanze die man gerne auch kindergarten kindern gibt die jetzt jeden infekt mit nach hause bringen das ist eine situation wo sich das immunsystem irgendwie erst neu erfinden muss und sozusagen erst ins tränen geht mit dem austausch mit den anderen das ist auch die zeit wo kinder lernen müssen welchen konflikt sie ausfechten müssen also wann sie um ihr spielzeug streiten müssen und sich verteidigen müssen und wann es eigentlich sinnvoller ist auf kooperation zu schalten und mit jemand anderen in austausch zu gehen und das macht echinacea auch auf seelischer ebene er hat so eine so eine schutzgeste wenn man sich diese blüte mal anschaut das ist ganz stachelig wenn man da drauf langt er klappt die blütenblätter ganz nach unten um das hat so eine schutzgeste das ist durchaus die verteidigung aber durchaus auch die einladung eigentlich zum austausch gucken sie mal auf einer echinacea wie sie die ein oder anderen haben es vielleicht im blumenbeet im garten das ist der wahnsinn was da los ist an insekten da ist ganz viel austausch und ganz viel spielerei in der luft das heißt es ist wirklich auch so ein anzeiger dafür dass man sich selber schützt einerseits dass man durchaus aber auch in den austausch gehen darf das brauchen nicht nur kindergarten kinder wenn man ein bisschen genau auf unsere gesellschaft guckt könnte man es auch ins grundwasser geben im moment glaube ich eine andere pflanze die uns für die widerstandskraft hilft die man auch jetzt zum beispiel als prophylaxe verwenden kann die jetzt aber auch geeignet ist für menschen die in autoimmunprozess zum beispiel haben wäre astragalus die tragantwurzel das die tragantwurzel gilt dass eine der besten heilpflanzen zur steigerung der abwehr und erstärkt die das gesamte immunsystem ohne zu stark zu stimulieren so dass wir tatsächlich hier einen guten ausgleich haben wenn jemand den autoimmunprozess hat und wir vermeiden wollen dass wir zu stark das immunsystem anheizen ankurbeln astragalus ist gleichzeitig auch ein adaptogen das heißt man gibt es gerne auch im stress man gibt es bei erschöpfungs- und müdigkeitszuständen auch während einer erkrankung oder auch nach einer erkrankung es gibt ja bestimmte virale infekte wie jetzt ebv zum beispiel also pfeiferisches drüsenfeber oder auch covid 19 die so erschöpfungszustände machen und da kann astragalus eine interessante pflanze sein er wird verwendet um die organe zu harmonisieren sagt man und stärkt besonders lungen und nieren das heißt es wäre jetzt bei der bei der infektabwehr eine pflanze die jetzt besonders eigentlich unsere unsere atemwege unterstützt und besonders bei so wiederkehrenden atemwegsinfekten interessant ist astragalus ist aber auch eine pflanze die insgesamt die schleimhäute befeuchtet so dass man den durchaus auch verwenden kann wenn die verdauung immer zu träge ist und wenn ich versuchen möchte die verdauung ein bisschen in schwung zu bringen auch dann ist astragalus eine pflanze die und über unsere über die befeuchtung unserer darmschleimhaut hier ein bisschen unterstützt als seelenpflanze stärkt astragalus eben die nerven als stress adaptogen und er hilft ängste lösen das heißt für die seelische gesundheit für die psychische gesundheit auch in wilden zeiten kann astragalus eine ganz ganz spannende pflanze sein wir haben astragalus als kräutertinktur bei der evolution zum beispiel wir haben astragalus auch in diesen immun nca phytokomplex kapseln die ich ganz ganz spannend finde weil da zum astragalus noch die der die katzenkralle drin ist die cats claw und nehmen nehmen ist das geschenk des himmels im sanskrit übersetzt wir kennen das vor allen dingen als mittel für die haut eigentlich und zur regulation von haut und schleimhaut in wirklichkeit ist aber nehmen tatsächlich eine pflanze die verschenkt wird für ein langes leben und die auch sehr stark regulierend auf unser immunsystem wirkt und eben in kombination mit cats claw der katzendorn ist in unseren breiten gar nicht so bekannt und so verbreitet leider cats claw hat nämlich durchaus auch starke immunmodulierende wirkungen also auch was man durchaus bei einem immunprozess geben kann aber vorsichtig in der dosierung also bei autoimmunprozessen würde ich immer empfehlen so immunstimulantien einzuschleichen und erst mal mit kleinen dosierungen zu beginnen und nicht gleich mit vollem kavum drauf zu hauen cats claw gibt man in der begleitenden krebstherapie um das immunsystem schlagkräftig und kompetent zu machen und cats claw gibt man auch bei viralen infekten bis hin zu hiv sogar gibt es untersuchungen wonach es zumindest im labor hiv-viren durchaus auf den kopf hauen konnte also eine sehr sehr spannende kombination von drei immunstimulantien und immunmodulatoren eben astragalus katzendorn und nehmen die das immunsystem wirklich schön aktiviert und die man einfach mal in so phasen von wilden zeiten im herbst wenn die grippewelle kommt kann man sich mit diesem phytokomplex einfach mal vorbereiten und sicherstellen dass das immunsystem richtig auf zack ist und richtig gut vorbereitet ist ein sehr schönes kraut was jetzt in ja sehr in der presse auch gehypt worden ist und viel in aller munde ist und inzwischen sehr sehr großen trend auch ausgelöst hat ist der einjährige beifuß ursprünglich mal ist der einjährige beifuß fuß bekannt geworden als malaria kraut weil er eben bei malaria offensichtlich hilfreich sein kann heute weiß man dass der inhaltsstoff atemisinin der eben nur in dieser atemisia anua enthalten ist und in unserem heimischen beifuß eben leider nicht obwohl der heimische beifuß auch ein großartiges heilkraut ist aber eben nicht mit dieser immun mit modulierenden wirkung dieser inhaltsstoff atemisinin wirkt antiviral bei allen möglichen viren hat ihn also auch untersucht bei kovid 19 zum beispiel und da positive effekte festgestellt atemisinin wirkt auch krebsfeindlich es gibt mittlerweile sogar infusionslösungen mit diesem inhaltsstoff die in der begleitenden krebstherapie teilweise verabreicht werden man kann den einjährigen beifuß aber eben auch als tinktur zum beispiel verwenden oder als tee oder kapseln und kann ihn begleitend geben bei borrelien bei parasiten bei allen möglichen bakteriellen erkrankungen also er ist rundum eigentlich ein immun booster kann man sagen beifußgewächse wachsen eigentlich in allen kulturen wachsen überall jede gegend hat so ihre spezifische beifuß art und in allen gegenden in denen beifuß wächst wird er nicht nur als heilkraut verwendet sondern tatsächlich auch kultisch verwendet für räucherungen zum beispiel oder für bestimmte zeremonien weil beifuß zu den kräutern zählt die man als fuga dem monum bezeichnet also als teufelsflucht man räuchert also mit beifuß zum beispiel rund um den geburtssaal erstens weil beifuß auch hilft was wehen anregend wirkt das ist die artemisia vulgaris also das was bei uns der heimische beifuß ist erstens wirkt es wehen erregend und zweitens mal reinigt es einfach den raum so dass in dieser speziellen atmosphäre die ja so eine geburt macht wo viele schleusen offen sind sich keine bösen energien sozusagen einnisten einzecken können mit dem geburtsraum stören würden nicht nur bei der geburt sondern auch in vielen anderen situationen wird mit beifuß gereinigt und geräuchert da das ist eine große pflanze auch der heimische beifuß ist eine große pflanze eine wichtige wichtiges frauenkraut ein wichtiges verdauungskraut aber wenn es jetzt um das immunsystem geht es eben die artemisia anua das spezifikum die halt hier noch mal ein anderes talent hat und wenn man sie sich mal in den garten stellt wird man auch feststellen der einjährige beifuß hat ein ganz anderes aroma der riecht ganz angenehm zitrus artig während die artemisia vulgaris die hat gar kein auffälliges parfüm eigentlich die riecht sehr krautig hat aber dafür einen sehr intensiven anderen geschmack der durchaus auch ansprechend sein kann bei evolution haben wir den einjährigen beifuß als tintur als spagyrische tintur ist als tropfenlösung so dass man den durchaus eben im stundentakt im beginn eines infekts einnehmen kann zur unterstützung und auch während dem infekt dann tatsächlich weiter nehmen kann das nicht wie beim sonnenhut dass man aufhören muss sondern man kann sich damit wirklich begleiten insbesondere bei viralen infekten die tiger wurzel wenn ich ihnen noch feststellen das ist ein der sibirische ginseng ein echtes stärkungsmittel was das immunsystem stärkt das nervensystem stärkt wir kennen es als stressadaptogen wir kennen es als begleitung in der krebstherapie und vor allen dingen hat man eben einige viren untersucht zum beispiel influenza hat man untersucht die mögen die tiger wurzel überhaupt nicht das besondere am beifuß ist dass er tatsächlich ein starker kraftgeber ist das heißt besonders wenn eine erkrankung sehr auszehrend ist wenn so so chronic fatigue symptomatik sich einschleicht zum beispiel aufgrund von der chemotherapie zum beispiel weil bestimmte viren einen müde gemacht haben ebv macht das kann man mit dem mit der tiger wurzel einen versuch machen diese müdigkeits zustände diese erschöpfungs zustände wieder zu vertreiben einfach so ein bisschen gucken was passt denn vom typus her gut zu mir tiger wurzel steigert das durchhaltevermögen und verbessert einfach die fähigkeit sich an belastungen von außen anzupassen egal ob das jetzt körperliche belastungen sind also tiger wurzel wird tatsächlich schon auch eingesetzt bei hochleistungssportlern zum beispiel oder bei soldaten hat man auch untersuchungen gemacht mit der tiger wurzel wenn die besonders herausfordernde körperliche programme fitnessprogramme durchlaufen mussten und hat festgestellt die können sich viel besser an diese reize anpassen aber auch seelischer natur eben wenn wir besonders viel stress haben dann macht die tiger wurzel einfach noch mal stärkere nerven tiger wurzel verkürzt außerdem die regenerationszeit sowohl nach dem sport zum beispiel als eben auch nach einer auszählenden erkrankung kommen wir schneller wieder auf die beine sind schneller wieder fit und schneller wieder erholt wenn wir die tiger wurzel an der seite haben ich finde es immer wichtig dazu zu sagen wenn sie tiger wurzel einnehmen dann haben sie mehr energie menschen die gerade im stress sind und echt im projekt voll drinstecken die haben die greifen gerne zu solchen mitteln und ich finde das gut und ich finde es berechtigt wichtig ist aber dass wenn sie so ein tonikum einnehmen wie die tiger wurzel dass sie dann ein bisschen was von der energie die sie zusätzlich bekommen auch für sich und für ihre regeneration verwenden wenn jemand kurz vorm burn out steht und ich gebe dem die tiger wurzel ohne dass er drüber nachdenkt dass er für sich was tun muss dann geht der einen schritt weiter und dann ist der in kürze im burn out weil die sich dann wirklich völlig auspowern und das muss man einfach immer so ein bisschen im kopf haben mit adaptogenen nicht kopflos spielen sondern wirklich dann dafür sorgen dass man dann auch was von der energie für sich selber verwendet und für die eigene regeneration und wieder auf die füße kommen wir müssen einfach lernen auch auf uns selber aufzupassen und mit unseren kräften ein bisschen hauszuhalten weil es dankt uns niemand wenn wir über diese klippe springen und dann wirklich völlig im ausgebrannt sein landen bei evolution gibt es die tiger wurzel in dem in der kräuter tinktur oder auch in den antistress kapseln zum beispiel da ist sie in kombination mit anderen adaptogenen drin so dass tatsächlich auch diese gefahr des über die klippe springens ein bisschen abgemildert wird weil da eben nochmal die rosenwurzel mit drin ist die uns eher reguliert und eher beruhigt und ich muss wenn ich über immunfit rede muss ich einfach die zistrose auch noch erwähnen weil die zistrose ein ganz wichtiger virenfeind ist zistrose kann man einsetzen zur vorbeugung aber auch eben während dem infekt das heißt die zistrose hat nicht das problem wie der sonnenhut dass das immunsystem überstimuliert wird das heißt wir können uns auch bei autoimmunprozessen einsetzen und wir können uns auch dann einsetzen wenn zum beispiel schon hohes fieber da ist wenn wir also sozusagen schon wenn es schon zu spät eigentlich ist um mit dem sonnenhut noch zu reagieren kann die zistrose helfen und die zistrose ist halt bei ganz vielen viren untersucht herpesviren mögen die nicht ebv mag sie nicht die influenza mag sie nicht das ist wirklich eine pflanze auf die ganz ganz viele virale erkrankungen ansprechen so dass wir den überall da wo wir einen viralen infekt vermuten gerne mit im boot dabei haben zistrose ist natürlich nicht nur virenfeindlich und immun modulieren sondern zistrose ist auch ein sehr starkes wund heilendes kraut was wir zum beispiel super toll verwenden können wenn wir am darm auch schwächen haben die gegat zum beispiel haben zum abdichten aber auch wenn tatsächlich verletzungen da sind kann man die zistrose nehmen um systemisch von innen heraus zu stärken zu unterstützen und die wundheilung zu stärken und diese wundheilende wirkung kann natürlich auch für seelische verletzungen verwendet werden im übertragenen sinne geld nimmt man kleinere dosierungen und guckt einfach mal passt das zu mir macht das was mit mir ist das eine pflanze die mit mir was zu tun hat gehe ich mit dieser blüte mit der optik von dieser zistrose in resonanz das ist das sind oftmals so ganz feenhafte wesen die gut auf die zistrose reagieren und die auch bei bei seelischen traumata unter umständen eine unterstützung erfahren wenn man so ein pflänzlein an die seite stellt wir haben ein immun fit set zusammengestellt jetzt für die phase mit erhöhter infekt anfälligkeit oder infekt herausforderung da haben wir das vitamin d d3 drin in der kleineren dosierung weil diejenigen die mehr brauchen können es höher dosieren diejenigen die weniger brauchen als diese 5000 einheiten kommen mit den zweieinhalb tausend einheiten auch gut zurecht es ist dieser immun komplex drin den man eben sehr schön als kur jetzt akut verwenden kann in der phase wo die grippalen infekte ansteigen begleiten tun wir das ganze mit zink mit zink und weil wir es ja in der prophylaxe machen wir wollen ja verhindern dass sie krank werden nehmen wir den roten sonnenhut dazu als wirklich schönes immunstimulant damit der infekt gar nicht erst kommt es geht darum das immunsystem regelmäßig zu pflegen und einfach gut vorzusorgen damit der infekt sie gar nicht erwischt sondern damit das immunsystem schlagkräftig und fit bleibt und sie eben alles zu hause haben was sie dafür brauchen man kann das ganze noch ergänzen eben mit der seelischen gesundheit und der selbstfürsorge da sind einreibungen über der thymusdrüse sehr sehr beliebt weil über der thymusdrüse oder wenn wir die thymusdrüse stimulieren aktivieren wir tatsächlich die produktion unserer t-zellen das heißt man reibt hier über den brustbereich ein über den herzbereich ein und klopft vielleicht auch so über den brustbein und da eignet sich die mistel creme ganz hervorragend die mistel ist ja so ein bisschen eine zauberpflanze eine verrückte pflanze die in der winterszeit blüht und fruchtet dann wenn eigentlich alles andere tot ist die den boden niemals berührt die uns also so ein bisschen leichtigkeit vermittelt schwerelosigkeit vermittelt wenn wir zu sehr in diese erdenschwere gefallen sind wenn wir so zu sehr in dieser winterdepression drin hängen und so ein bisschen schwermütig sind und alles irgendwie so grau ist und wir unmotiviert sind nach draußen zu gehen und die couch einfach der beste freund ist dann brauchen wir eine pflanze wie die mistel die uns so ein bisschen schwerelos macht so dass wir wieder lust haben vor die tür zu gehen und auch den winter mit all seinen facetten zu genießen deswegen eignet sie sich so schön auch für so einreibung jetzt gut fürs immunsystem die mistel ist eine pflanze die mit dem immunsystem auch was macht eigentlich in allen varianten in denen sie verabreicht und natürlich eben auch als schutzpflanze als zauberpflanze und zum stress abbau die mistel ist auch eine große große stresspflanze anti burn out pflanze regulationspflanze für den bluthochdruck und solche dinge kann man eben einreibungen mit der mistel creme machen um gut bei sich zu sein um gut in der mentalen gesundheit zu bleiben und psychohygiene zu betreiben und sich als ritual als ritual abends wenn man nach hause gekommen ist erstmal die welt kurz abwaschen und dann für sich selber da sein und sich selber einreiben bisschen klopfen das muss keine stunde dauern das geht in zwei minuten aber einfach für sich selber bewusst in den raum schaffen jetzt gehe ich in die regeneration jetzt ist schluss mit arbeit wir können nicht alle infekte abwenden leider auch wenn wir uns noch so gesund verhalten ist es gehört es zur menschlichen natur dass wir uns den ein oder anderen infekt manchmal mitnehmen das ist gar nicht so schlecht für uns weil natürlich auch das unser immunsystem im training hält weil das bestimmten anderen prozessen des leben schwer macht oder den gesunden prozessen des leben leichter macht wenn ab und zu mal auch ein fieber passiert man muss also auch nicht jedes fieber sofort senken sondern man kann durchaus ein fieber auch mal zulassen was wir tun können um uns zu unterstützen damit wir so einen infekt gut überstehen ist die trinkmenge erstmal zu erhöhen ich weiß ich wiederhole mich aber das ist einfach die basis fürs gesund bleiben man kann mit vitamin c als lutsch oder kautablette vielleicht in kombination mit zink schon beim ersten kratzen im hals versuchen hier die keimlast zu senken man kann natürlich jetzt anfangen mit diesen nasenduschen oder naturheilkundlichen nasensprays auch die nasenschleimhäute sauber zu halten insbesondere bei tendenz zu nasennebenhöhlen entzündungen kann man einfach schauen dass ich da gar nichts festsetzen kann wenn man einen therapeuten in der nähe hat der es anbietet dann lohnt sich in so einem zustand also im beginn eines infekts eine vitamin c hochdosis infusion mit 7,5 gramm dann ist das immunsystem einfach erst mal auf zack und wir haben einfach die antioxidantien erst mal alle verabreicht sozusagen und die zellen verjüngt und aktiviert und machen es dem infekt einfach deutlich schwerer es gibt natürlich beim heilpraktiker bestimmte präparate homöopathische oder spagyrische natur die das immunsystem aktivieren ferrum phosphoricum wäre zum beispiel so ein klassisches homöopathikum wenn fieber da ist wobei es da tatsächlich manchmal sinnvoll ist sich individuell was sagen zu lassen weil einfach jeder mensch anders ist vom typen her und nicht bei jedem jedes homöopathische mittel gleichermaßen wirkt und natürlich wenn jetzt der infekt sich ankündigt dann starten wir sofort mit der einnahme von zink und ellusin und machen damit dem virus des lebens schwer damit wir schnell wieder gesund werden gibt es zu hause hühnerbrühe ich habe bei meiner mutter gelernt dass das das allerwichtigste heilmittel ist und das darf niemals ausgehen die ist immer in der tiefkühltruhe oder in gläsern eingekocht so eine hühnerbrühe da kommt viel bio gemüse bei mir rein die steht zwei tage auf dem herrn natürlich ist dessen bio hohen beziehungsweise eins von unseren eigenen das heißt gucken sie da auf die qualität auch des fleisches wo es herkommt wenn die so richtig gut ausgekocht ist ist da viel l-glutamin drin auf natürlichem wege und viel zink drin wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen magensensibel ist dann kocht man sich die auf und kocht ein paar haferflocken rein hafer ist auch super gut für das immunsystem und für unsere schleimhäute das ist einfach die richtig gute krankenspeise und stellt einen richtig schnell wieder auf wenn man fieber hat und es regulieren möchte dann nicht gleich mit einem fieber senker draufhauen sondern arbeiten sie mit wadenwickeln damit man wadenwickel anlegen darf müssen die füße des patienten warm sein das gilt fürs baby genauso wie für den erwachsenen auf kalte füße gibt es keinen wadenwickel vorher die füße anwärmen zusehen dass der ganze patient warm ist und dann wird gewickelt und auch nur dann wenn der patienten stabiles fieber hat wenn das fiebergrad noch ansteigt machen wir noch keine wickel erst wird die temperatur stabil ist und der wickel ist auch nicht eises kalt sondern nur drei grad kälter als der fiebernde patient das heißt wenn die pflegende mama oder die pflegende ehefrau das textil an ihre haut hält und das ist körper warm dann ist es für den kranken genau richtig das muss nicht eiser sein wir reduzieren dass die keimlast indem wir den raum bedurften mit ätherischen ölen und senken damit die ansteckungsgefahr für alle die sich vielleicht kümmern um die kranken da gibt es verschiedene wege da darf man gerne auch nach der eigenen nase gehen wichtig ist dass gute hochwertige ätherische öle sind ganz toll eignen sich alle baumöle die finden sie auch im evolution sortiment zum beispiel niauli habe ich vorhin schon mal genannt ist ein stark antivirales mittel man kann aber auch eben mit thymian arbeiten oder kaieput arbeiten selbst lavendel auch den haben wir bei der evolution im programm ist ein ätherisches öl was wirklich sehr rundum keimfeindlich ist antiviral antibakteriell pilzfeindlich ist und was tatsächlich auch von groß und klein gut vertragen wird gleichzeitig liefert der lavendel eben noch so ein bisschen die komponente mit der psychischen gesundheit ist ja ein mittel dass uns eigentlich den geist klar macht und beruhigend und ausgleichend wirkt deswegen schadet es nicht wenn man den in so eine krankenmischung in die ins ätherische öl mit rein macht wenn wirklich ein bakterieller infekt vorliegt und wir dagegen steuern wollen dann können wir mit pflanzlichen antibiotika oftmals ganz viel erreichen bitte experimentieren sie nicht wenn sie schon kurz vor der blutvergiftung stehen gell es gibt zustände in denen sind antibiotika ein segen dafür sind sie gemacht und dann wollen wir die auch haben aber jetzt nur wegen dem schnupfen oder wegen einer blasenentzündung muss nicht gleich ein antibiotikum geschluckt werden das geht auch mit kapuziner kresse und mehretich selbst angesetzte tinktur das kann man im herbst noch machen mehretich wurzel aufschneiden alkohol drüber kapuziner kresse aufschneiden blätter und blüten alkohol drüber in ein paar monaten alles zusammenschütten und schon haben sie in ein paar monaten in ein paar wochen alles zusammenschütten abgefiltert und schon haben sie ihre antibiotika tropfen sozusagen zu hause da muss nicht immer ein chemisches antibiotikum her wenn so ein infekt dann rum ist und wir verhindern wollen dass uns der lange nachhält dann müssen wir gucken dass wir die regenerationsphase gut überstehen und gut verkürzen jeder infekt jeder infekt macht einen großen oxidativen stress das heißt uns gehen antioxidantien verloren es gibt bestimmte infekte die machen besonders viel oxidativen stress da gehört zum beispiel kovid 19 dazu das sind dann infekte die tatsächlich den den besonderen charakter haben dass die rekonvaleszenz länger dauert als bei anderen infekten das heißt aber auch wenn wir das wissen und diese antioxidantien die verbraucht werden aufgrund des hohen oxidativen stresses auffüllen während und nach dem infekt dann verkürzen wir natürlich die rekonvaleszenz zeit und gehen auch nicht so leicht gefahr langzeit folgen zu entwickeln antioxidantien gibt es sehr viele verschiedene vitamin c gehört da dazu coenzym q10 ist ein selen ist eines der wichtigsten körpereigenen antioxidantien l-glutadion ist ein wichtiges antioxidant alle sekundären pflanzenstoffe sind hochgradig antioxidativ oft um ein vielfaches antioxidativer noch als vitamin c das heißt es sind dann phasen wo wir wirklich gucken dass wir einerseits die in ernährung drin haben und wenn wir das gefühl haben wir sind ein bisschen schlapp und brauchen mehr davon dann kann man in so einer phase auch mal zu einer kapsel greifen wo vielleicht opc mit drin ist oder wo vielleicht resveratol mit drin ist oder 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 astaxanthin zum beispiel ist auch so ein antioxidant was man auch füllen kann wenn geruchs und geschmacks gestört sind kann man den körper ein bisschen rausfordern mit training auch wenn sie selber nicht wahrnehmen nimmt ihr körper den geruch von dem ätherischen öl war also fordern sie ihn ruhig bisschen heraus auch mit inhalation zum beispiel mit ätherischen ölen versuchen sie mit aromastarken kräutern zu würzen auch in der küche damit immer wieder ein training stattfindet versuchen sie viele bitterstoffe zuzuführen weil das den geschmacksinn fordert und sozusagen wieder aktiviert und es ist so dass dieser geruchs- und geschmacksverlust auch zusammenhängen kann mit bestimmten mikronährstoffmängeln zink zum beispiel gehört da dazu oder auch vitamin a gehörte dazu das sind die komponenten die als mangelsymptom auch eine geschmacksstörung oder eine geruchsstörung oder gar beides machen können auch einige b-vitamine haben was zu tun mit unseren schleimhäuten und auch mit unserem riech sind so dass auch b-vitamine unter umständen im mangel sein können wenn geruch und geschmack nicht mehr richtig gut funktionieren kovid 19 ist da ein bisschen spezialist da dauert es manchmal länger bis das wieder da ist es kommt aber wieder bleiben sie im training unterstützen sie ihre sinneswahrnehmungen dann ist in der aller regel werden diese sinne auch gut wieder hergestellt werden und die bitterstoffe die unseren geschmacksinn trainieren die sind auch einfach gut für unser immunsystem und überhaupt für die resorption unseres inneren alchemisten für die mikronährstoffe und tatsächlich auch für die fitness alles was bitter ist gibt uns kraft und weckt uns wieder auf wehrmut zum beispiel tausend gülden kraut oder meisterwurz das sind so klassiker die einfach die energie wieder zurückbringen auch wenn man so ausgezehrt ist nach so einer erkrankung die sind übrigens beispielsweise in der quinta essentia von evolution auch mit enthalten also diesem klassischen super basis bitter mittel mit 21 verschiedenen kräutern das ist schon auch ein tonikum was man einsetzen kann nach so einem infekt ja ich habe viel erzählt und habe natürlich wieder gnadenlos überzogen ich hoffe dass sie ein paar spannende dinge mitnehmen konnten die produkte von evolution sind deshalb gute produkte weil wir bei den eutomolekularen substanzen rein substanzen haben keine schadstoffe keine zusatzstoffe drin haben es ist die ausgangssubstanzen wird es wird ein großer wert darauf gelegt dass die ausgangssubstanzen aus regionaler herstellung oder regionalem anbau tatsächlich stammen bei den spagyrischen kräutertinkturen werden kontrolliert biologische oder aus wildsammlung stammende pflanzen verwendet die zum richtigen zeitpunkt von hand geerntet wird also es ist wirklich ein großes augenmerk darauf dass wir ein gutes produkt haben dass wir eine gute ausgangssubstanz haben alles wird zusammengesetzt in guten dosierungen mit einer sehr guten bio verfügbarkeit sodass sie wirklich sehr sehr schön ganzheitlich wirken die spagyrischen tinkturen haben eben auch noch mal einen großen psychischen effekt wie ich finde und ich mache sehr sehr gute erfahrungen in der praxis damit deswegen gebe ich das tatsächlich auch gerne weiter das sind ist wirklich eine gute qualität die wir da bekommen können wir sind sehr dankbar dass wir sie haben ich hoffe dass spannende infos für sie dabei waren wenn sie infos zu den produkten oder zu weiteren kursen oder webinar terminen oder seminaren haben wollen dann gucken sie mal vorbei auf www evolution-international.com wenn sie mehr von mir wissen wollen gucken sie auf www.jump-on.eu es gibt von mir auch ein bisschen was zu lesen ich freue mich sehr dass sie heute abend zugehört haben bedanke mich fürs zuhören freue mich wenn wir uns im nächsten webinar wiedersehen und verabschiede mich jetzt einfach erst schon mal vielen dank für ihre zeit für ihre geduld und bis zum nächsten termin